Willkommen beim die heutigen Angebote Rabatte-Chair-Lösungen. Hier ist Richard, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist elektrischer Kamin, Elektro-Kamin mit Heizlüfter, LED-Flammeneffekt, 2 Heizstufe, 3D-realistischer Feuer, Kaminofen elektrisch freistehend. Eigenschaften Zeitloses Design Der elektrischer Kamin verfügt über exquisites Reliefmuster und Gehäuse im Gusseisenstil. Der glänzende schwarze Farbton und die feine Verarbeitung lassen es eine Dekoration ihres Hause werden, das elegante und zeitlose Design passt allen Wohnungszenen. Realistischer Flammeneffekt Die helle LED-Flamme stellt den Effekt des Brennholzbrennens wieder her. Heizung ist unabhängig vom Flammeneffekt steuerbar. Obwohl in den warmen Jahreszeiten können Sie noch die romantische Atmosphäre und wunderschöne Flamme genießen. Angenehme Temperatur Zwei Heizstufen sind vorhanden, Sie können einfach die starke oder die schwache Heizfunktionen über die Tasten an der Seite entsprechend der Zimmertemperatur und Ihren persönlichen Gefühlen einstellen. Die Wärme kann auch von dem Drehregler nach Bedarf kontrolliert werden. Sichere Gewährleistung Der Kamin ist aus hochwertigem Eisenmaterial und Hochtemperaturglas hergestellt und hat die CE-Prüfung bestanden. Die Stützbeine stehen sich fest ohne Wackeln. Außerdem ist dieses Gerät mit Überhitzungsschutzung ausgestattet. Wenn das Gerät eine unsichere Temperatur erreicht hätte, schaltete sich es automatisch aus. Einfache Montage Um idealen Heizeffekt zu erzielen, verwenden Sie dieser Kamin bitte nur in Innenräumen. Die Heizfunktion wird durch den eingebauten Heizlüfter realisiert. Bei Verwendung halten Sie das Gerät von den brennbaren Materialien fern. Die Helligkeit der Flammeneffekte hängt von der Innenbeleuchtung ab. Der beste Effekt wird in dunkleren Räumen ohne direktes oder reflektierendes Licht erzielt. Detaillierte Gebrauchsanweisung ist mit der Packung geliefert. Fünf Höhepunkte Täuschend echte 3D-Flamme schafft eine Wärme und romantische Stimmung für zu Hause. Heizung ist unabhängig vom Flammeneffekt steuerbar. Hochwertiges Material, Überhitzungsschutz mit Sicherheitsabschaltung. Heizfunktionen in zwei Stufen ausgestattet, verschiedene Temperatur nach Wunsch einstellen. Kinderleichter Aufbau, freistehendes Desigen macht die Bewegung einfach. Zwar kennt jeder die Amazon-Webseite als gute Gelegenheit zum Shoppen, doch weiß auch jeder um die neuesten Amazon-Blitz-Angebote. Bei diesen sollte jeder Jäger von Schnäppchen bei Amazon sprichwörtlich sich auf die Pirsch begeben. Denn ein solcher Deal Amazon ist meist nur für kurze Zeit verfügbar. Deshalb muss man im wahrsten Sinne des Wortes schnell sein, um das Angebot Amazon abstauben zu können. Das ist praktisch der Suche bei eBay relativ ähnlich. Weil die Webseite von Amazon-Angebote in Hülle und Fülle aufweist, ist er sehr schwer, alle im Überblick zu überhalten. Deshalb findet jeder, den für ihn passenden Amazon-Deal auf sabemoneyadviz.com. Oft stehen die Amazon-Deals unter einem bestimmten jahreszeitlichen Bezug und können deshalb auch oft sehr gut als Geschenke an den Festtagen verwendet werden und sind als Amazon-Schnäppchen vier Stunden rund um die Uhr erhältlich. Amazon-Blitz-Angebote Auch wenn Amazon-Blitz-Angebote wie der Blitz wieder verschwinden, handelt es sich dabei im wahrsten Sinne um Amazon-Angebote bzw. Amazon-Schnäppchen. Denn man bekommt einen echten Preisnachlass gewährt. Deshalb lohnen sich die aus Amazon auch wirklich. Genau geschaut werden muss, ob das Blitz-Angebot Amazon in dem Moment, wo man es nutzen will, noch seine Gültigkeit behält. Es kann sein, dass die Summe, die man spart, erst in dem Moment sichtbar wird, wo man die Angebote bei Amazon an der Kasse einlöst. Der Preisnachlass um einige Euro mittels Amazon-Deals lohnt insbesondere was sehr teure Technik beispielsweise Fernseher oder PC und Laptop angeht. Schnell zugeschlagen werden muss bei einem Amazon-Blitz-Angebot. Dieses ist entweder nur einen bestimmten Zeitraum gültig oder die Blitz-Angebote Amazon sind nur für eine bestimmte Anzahl Kunden gedacht, laufen somit aus, wenn eine bestimmte Anzahl an Kunden zu den günstigen Konditionen zugegriffen hat. Die Amazon-Blitz-Angebote-Übersicht im richtigen Moment nutzen Wer ein Amazon-Angebot nutzen will, benötigt dafür den Blick auf die Uhr, weil dieses oft erst ab einer bestimmten Zeit nutzbar wird. Dass Schnäppchen Amazon verfügbar sind, ist allein bei der Masse an Produkten, die auf dieser Webseite vertrieben werden, nicht verwunderlich. Die richtigen Angebote Amazon zu kennen und gleichzeitig zu wissen, wie viel hier im Vergleich zum normalen Kauf gespart werden kann, lohnt sich. Auf savemoneyadvis.com findet man die besten Amazon-Blitz-Angebote-Liste, Amazon-Angebote und Amazon-Deals in der aktuellen Blitz-Angebote-Übersicht und natürlich auch echte Schnäppchen. Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit Als wir A Place for Everything in Sarekheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen. Sabemaniatwiz findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern. Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Offsite-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären. Wir helfen Ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in Ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten.